Genau heute hatte ich meinen neuen Scooter nicht dabei. Deshalb habe ich mir überlegt, die Kids zu fragen. Wake, machst du es? Jetzt muss ich es ja machen. Tatsächlich haben sie mir einen gegeben. Aber ich bin ehrlich, ich hatte krass Schiss. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, einfach so meine Tricks zu üben. Als das aber nicht so gut geklappt hat, bin ich langsam sauer geworden. Und ich dachte mir, ich gehe nicht nach Hause, bis ich da nicht runtergefahren bin. Die Jungs haben mir ein paar Tipps gegeben. Und dann habe ich einfach durchgezogen.